so leute herzlich willkommen bei einem neuen video heute spielen wir mal big big baller wie ihr seht ich hatte mich ninja genannt weil ich eigentlich so gut nicht jede runde immer gewinne aber diesmal nenne ich mich anders gegrieft vielleicht hört ihr es im hintergrund läuft meine ps4 weil ja fort update auf jeden fall wenn ihr keine weiteren folgen davon verpassen wollt dann flankt den abo button und lasst einen daumen nach oben da darüber würde ich mich sehr freuen und in der video beschreibung verlinkt ich auch das video vom flipmaster flipmaster hat irgendwie nicht immer funktioniert die level wurden viel zu schwer die waren irgendwie unmachbar und ich hatte mein video gemacht aber dann war flipmaster zu weit das video wurde nicht hochgeladen wegen netzwerkfehler oder habe ich master weiter gespielt und hab dabei ein video gemacht aber das video wurde nicht registriert und jetzt hören wir auf mal zu labern und gehen im classic mode rein das spiel geht immer eine minute 30 das ist ein gutes spiel wie ihr seht mit anderen auch noch es ist ja dieses halloween update mit zur mission also mit so einem event jetzt und es ist das erste mal dass ich dieses spiel hier aufnehmen das macht eigentlich immer sehr 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 viel spaß und da kann ich auch schon die ersten autos aufsammeln kann ich dann noch mehr aufsammeln ja auf jeden fall das spiel macht wirklich sehr sehr viel spaß es ist kein werbevideo wollte ich nur mal so gesagt haben weil ich habe welche auch mal angesprochen deine videos sind das werbevideos oder so schreibe ich extra noch im titel und in der video beschreibung rein es ist kein werbevideo ansonsten würde da ja was drin stehen der link dieses spiels werde ich auch noch in der video beschreibung reinpacken der link vom letzten video werde ich von flipmaster werde ich auch noch meiner video beschreibung reinpacken ihr seht es ruckelt sehr weil ich übertrieben groß werde gerade und das ist wirklich übertrieben das ruckelt wirklich so hart dass wenn ihr wirklich selber das ist einfach total easy das spiel ich werde da so gut wie immer erster ihr seht ich habe jetzt fast sogar die tausend nein ich öffne die jetzt nicht ja wie ihr seht sogar da seht ihr hier meine meternzahl wie weit ich bin play again machen wir diese werbung schon wieder ich spiel das spiel doch eh nicht hört auf mit der werbung nein dann skins und ich nehme oh der roboter skin es gibt auch noch neue skins wusste ich ja gar nicht wo sind meine lieblingskinder da nehme ich immer den galaxy ball und ja schreibt mal in den kommentaren ob ihr euch freut dass ihr jetzt diese kurze zeit frei habt also das lange wochenende also ich persönlich freue mich ich kann besser videos machen kann besser ausschlafen habe nicht so viel stress habe ich sonst auch nicht aber muss ich immer so früh aufstehen manchmal stehe ich auch selber so früh auf diese runde werde ich mal nicht erster ich war mir schon richtig riesig und dabei waren gerade mal erstmal paar minuten da waren gerade mal 20 sekunden erst um und ich war schon der größte wirklich wortwörtlich der größte schreibt mir in den kommentaren ob ihr warblocks sehen wollt wenn ja dann schreibt es mir mal weil wenn ihr wollt kann ich auch warblocks mal videos machen drüber kein problem kriege ich hin oder ihr schreibt mir in den kommenten oder ihr lasst ein like da dann sehe ich ihr findet das spiel besser leider kommt kein flipmaster mehr wisst ihr ja wegen einem video weil das irgendwie nicht vergespielt wurde und deswegen konnten wir dieses spiel leider nicht spielen aber ich hoffe das passiert nicht mit diesem spiel ich hoffe das funktioniert bei diesem spiel hier wenn nicht suche ich ein anderes guck mal wo dran das liegen sollte jetzt habt ihr gesehen wer wurde ich mal nicht erster ja ein coin er braucht ein coin ähm dieses spiel macht manchmal spaß manchmal nicht ähm ja doofe werbung wir hatten auch einen doofen spawn deswegen kann das auch dran liegen und wenn man doof gespawnt ist und da keine guten sachen sind die man aufsammeln kann als ball dann hast du direkt schon verkehrt guck mal man braucht nur einmal kurz fortnite hat es geladen ja man muss nur einmal kurz einen guten spawn haben direkt hast du so gut wie das ganze spiel gewonnen aber wenn du einen schlichten spawn hast wie ich jetzt gerade dann kannst du das spiel nicht mehr gewinnen außer du bist übelster pro und äh du kennst die übelsten taktiken aber die kenn ich selber nicht so jetzt kann ich die autos aufsammeln zum beispiel wenn du wenn ihr das spiel ausspielt und ihr das auto und ihr dann autos aufsammeln können geht zu den parkplätzen dann könnt ihr easy richtig viele autos fahren oder hier die stelle da kriegt ihr so viel das ist zwar nur ein bisschen größer die bekommt dann zwar nur ein bisschen gar von der größe aber dafür seid ihr etwas größer und könnt wieder mehr anziehen da seht ihr ja gerade selber wie ich da alles hier anziehe da ich kann sobald man häuser einsammeln kann ich wohne auch in der letzten sekunde Nummer erster ja leider jetzt diesmal nicht begreift gesternchen sternchen warum heiße ich so ich drück einmal die fortnite startdaste weil ich gleich nochmal fortnite spielen werde wenn hier seht ihr dieses event ja ja für jeden fall kann man auch was kaufen oder so aber mach ich jetzt nicht werde ich auch nicht ja für dieses spiel werde ich kein Geld aufgeben das ist einfach doof ähm Coins ein Video ein Leute sorry ich guck mir aber jetzt ein Video an für 200 Coins vielleicht hört ihr es im Hintergrund dass ich grad in der Fortnite Lobby drin bin hört ihr vielleicht keine Ahnung heilige Makaroni und dann sag ich mal bis zum nächsten Mal tschau tschau haut rein